meine leute meine freunde wie sind wir hier für euch ja berlin leopold platz heute mal abschicken mittwoch muss man was überlegen damit sagt doch mal durch vielleicht nachher und für freitag auch sagt aber zu hause durch so meine freunde wie sind wir da und die leute sind hier vorbei laufen und damit bis leute was geht ab euer anderen bestrapper heile freunde und montag nachher sagt er zu hause euch bescheid was wir mittwoch und freitag machen heute ist tag berlin berlin leopold platz und wir schicken für euch heute mal teil 10 ab tag 10 und wir sind hier bei der freundlichen freunde also da ist ein park meine freunde und ja wir laufen gerne für euch meine freunde liebe freunde wird er wieder da wie er gesagt hat da die kirche genau zu bieten liebe freunde beten amen liebe freunde so liebe freunde mir geht sehr gut heute liebe freunde jo wir machen mal ganz kurz wieder pause so meine freunde wie sind wir da die straße liebe freunde gleich so sehe ich raus und dann wieder zurück ja wenn es tag 10 was muss ich mir freunde ich habe leider draußen dafür mag der youtube dennis genau denn es macht weil ich dachte da gar nicht wegen die leute naja meine freunde so meine freunde es ist 16 uhr 52 dunkel da seht ihr uns aber leider ein bisschen dunkler als heller jetzt wie jetzt genau wir sind jetzt hier bei da oben ist ein schild aber noch ein schild wo ist ein anderes schild haben sie abgerissen so ein schild habt meine freunde und du bist willst du mit der abstand so meine freunde ein mannschutz geht hoch so liebe freunde gehen kurz die straße liebe freunde genau liebe freunde weil ich muss 17 uhr nach hause kommen liebe freunde ja also wie gesagt wir checken jetzt für euch aber sie ab habe leopold platz ich habe bei den beding leopold platz seestraße da ist der platz da drüben ja und dann die straße nach hause so meine freunde das da drüben um kamer um das ist der platz liebe freunde ja da hat leopold platz und wir laufen jetzt die straße ist oder sagt da da kannst du runter gucken alle liebe freunde wir sind ja liebe freunde wir gehen zur sichtstraße liebe freunde ja wir laufen jetzt zur seelstraße meine freunde wir müssen nach masken tragen so meine liebe freunde wir sind wieder da für euch ja und ja ich und adem müssen die maske drauf machen weil hier ist das hier die straße wir sind jetzt hier müller straße ja müller und ja bei müller straße muss man leider die pflicht halten die maske tragen so wie sie wieder da und leider mit maske vorhin haben wir keine maske drauf gehabt hätte muss man aber wir haben die maske nicht drauf gemacht warum hat er muss man auch ist es doch pflicht nicht so jeder wäre für euch da und wir sind bei stehe straße ich schreibe jetzt in berlin bedding leopold platz und sich raus und du kommst dich auch das sieht man sich nicht wir sind nicht so liebe freunde mir hier ja meine freunde vielleicht feiern für mich weil ich muss wieder nach hause und ich auch da wurde für euch rein genau so hier ist ein biomarkt und ja meine freunde wenn ihr sieht dass es dunkel wird der weiß bescheid er wird aber dunkel und ja dann ist es grün die auto muss warten ja meine freunde ja also meine freunde hier ist ein dm und hier haben meine freunde hier ist ein lan aber es zu ja das hau denn so so wenn wir da für euch und wir sind jetzt bei einer seite aber gleich glaube ich ja an der seite zurück zu leopold also wir haben berlin bedding leopold platz bis u-bahnhof leo seestraße und dann wieder zurück bis leopold wir haben meine freunde so wie sind wir da und wir laufen jetzt rüber an der seite so wie wir sind wieder da für euch jetzt laufen wir an der seite rüber wir laufen jetzt bis leopold für euch meine freunde wieder um jetzt bis leopold haut drehen mit dem video lasst euch kranken ob das video viral ist ist auch für euch gut so meine freunde wieder wieder da und wir laufen jetzt weiter wir haben weiter runter so wie sind wir da meine freunde genau meine freunde wir sind gleich da es wird langsam dunkel wie ihr seht ihr müsst ihr freunde bitte auf pass auf euch auf munter wie soll ich sagen 1 meter 5 2 meter oder 2 meter 50 oder 2 meter 50 ja keine ahnung so wie sind wir da meine freunde wir laufen rin die video lassen uns krachen ja meine freunde wir sind wieder zurück richtung leopold platz wir haben jetzt 17 uhr 1 und plötzlich drei grad noch nicht so meine freunde wir laufen mit dem maske freunde drehen und drehen lebe freunde leider muss mir mit dem maske laufen jetzt weil hier ist ja müllerstraße wir haben wir vergessen die was drauf setzen aber egal wir sind bald da leopold platz noch paar meter und das ist gut so meine liebe freunde wieder wieder da für euch wir sind gleich da passt auf euch auf bleibt gesund so wie sind wir da und ja wir sind bei leopold platz meine freunde so liebe freunde das ist hier im rathaus ja meine freunde ihr seid gleich da liebe freunde ich hab mir einmal der eine wollte ein euro für uns aber wir haben die nicht gut also sagt vielen dank wir sind auch ein netter youtuber und ja meine freunde so meine freunde wir sind jetzt hier bei leopold platz richtung nach hause da vorne ist leopold platz und es wird ein lichter angehen so meine freunde ganz kurz drüber passen euch mit euch aufmachen guck dich mit abstand hauen hauen diese maske bitte tragen op maske liebe freunde oder ffp maske genau und dann bis gleich liebe freunde ja meine freunde bis gleich so liebe freunde so liebe freunde liebe freunde wir kriegen wir weiter aus kommst schnell ein bisschen her lauf mir nicht irgendwo gegen komm so liebe freunde jetzt ist wieder da für euch genau liebe freunde und der arthografer friert schon langsam wenn man friert der arthografer friert genau ich friere liebe leute ich friere auch gleich ich hoffe ihr versteht mich ich kann bei der leute ja in der sporum in der wohnertzeichen genau in der wohnertzeichen in der wohnertzeichen ja meine freunde ja liebe freunde pass auf von der wohnertzeichen so da hinten ist der biedermann liebe freunde ja meine freunde ist gleich ist gleich so wieder wieder da für euch Hi liebe freunde und wieder wieder da für euch und wir sind jetzt bei dem leupoldplatz liebe freunde ich muss jetzt gleich los haben wir jetzt geschafft für euch abgeschickt hier von hier so liebe freunde ganz kurz zu 1 so meine freunde das ist der vormax liebe freunde da hinten hier im markt hier steht bei der ampel nee aber egal so das ist grün Meine Freunde, hau drehen. So, liebe Freunde, ganz kurz. So, meine liebe Freunde, ich bin... Deine Besten, liebe Freunde. Ihr seid da. So, liebe Freunde. So, meine liebe Freunde. So. Geh ein bisschen weiter. So, warte. So, warte. So. Meine Freunde, ich muss jetzt und ja. Wir sehen uns auf nächsten Video Mittwoch oder Freitag. Der Tag durch heute noch. Und gleich zu Hause. Bleib dran. Und Peace. Und bitte Abo geben. Likes. Letzte Kommentare. Letzte Kommentare. Abos. Die Glocke. Und natürlich, wir sehen uns bei nächsten Videos. Tschüss. Peace. Ich bin raus. Ich auch. Tschüss. Tschüss.